du kannst ja nicht meine welt auswählen doch welt kann ich auswählen dann geht es auch verbinden und kurz bevor so weit ist mit dem eintritt dann kommt ihr die passwort abfragen verbindung nicht möglich genau mal komplett raus und machen noch mal neu an kommen falsch und zusammen hier aber gut im hintergrund irgendwas gesagt oder das war nur das bild da verbinden nachdem ich die welt ausgewählt habe dann dreht sich der tors hammer zeitlang aber bleibt stehen verbindung nicht möglich so war es bei mir nämlich vor ein paar wochen aufmalen hast du dich lilly da konnte ich auch nicht connecten ja um das team noch immer neu gestoppt vielleicht hat sich da immer wieder was verschluckt oder so wer weiß hat schon es ist nicht steams schuld glaube ich bei dir ein steam lehnt steam war vorhin das was auf dem anderen pc sich partout geweigert hat zu funktionieren ja aber hat es nicht eher was mit dem pc dann zu tun gehabt und nicht unbedingt mit steam das war ja die cloud synchronisierung die nicht möglich gewesen ist ach so das ding ja ja das spinnt aber stimmt ist ihm schon eine ganze weile rum mit weil das habe ich auch des öfteren berlin brot 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 es gibt brot 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 es gibt brot brot ich würde gleich gerne noch eine scheibe brot nehmen wenn du klar gerne bringe ich dir vorbei umstertag also ich habe den fleisch blanket jede Menge auf Tasche, aber ich habe irgendwie gerade keine Beilage. Oh, hi Ratio. Stehst du ja hinter mir. Oder auch, wenn sie was essen? Wenn du gerade irgendwas auf Tasche? Ich nehme mich auf jeden Fall gern was. Ich habe gerade nur gebratene Neckschwänze, Himbeere und Rehfleisch auf Tasche. Oh, ich mag Blutwurst. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ihr dürft das gerne essen, das ist doch okay. Da ist er. Das war das System. Das war das Team. Ja, hat er sich aufgehangen. Er ist angekommen, ich habe die Nachricht gesehen. Möchtest du trotzdem noch ein bisschen Brot zum in die Blutwurst titschen? Hast du genug Brot gebacken oder was? Ich habe jetzt ein paar Brote gebacken. Ja, brauchst du auch welche? Na klar. Ich habe nur Salat dabei. Du hast nur Salat dabei. Oha, Rehfleisch. Ja, ein Bambi, da musst du aufpassen. Hier werden Rehe geschlachtet. Leider. Ich schlachte mittlerweile keine mehr, weil Rehfleisch hat man genug gehabt und ich musste schon alles weghauen, weil es ist schon schlecht geworden, weil ich es einfach nicht verbraucht habe. Ich sammle nur noch das ein, was auf dem Boden liegt, also sprich alles nur noch so Gestorbene. Eigentlich geht der Nebel weg. Das natürlichen Todesgestorben ist. Genau. So, was steht denn an? Danke. Anstehen tut hier so ziemlich nix. Wir bauen hier einfach jeder für sich irgendwie oder jeder oder zusammen oder wie immer. Also bist frei zu entscheiden, was immer du tun musst. Er lacht ja so dreckig. Deine Mutter. Komm, was? Ja, meine Mutter lacht. Er hat nichts gesagt. Ich muss arbeiten. Entschuldigung. Das war Reflex. Ich weiß nicht, wo das herkam. Oh Gott. Ich guck zu viel Gronkh. Ich guck zu viel Gronkh. Ich liebe da ja auch diesen, 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 was er da aus irgendeiner alten Werbung hat, weißt du? Ah, furchtbar. So, die Plainspace ist erst mal umrandet und hat ein Eingangsportal. Yay! Jetzt werde ich noch die Ecken absichern. Ich habe eine Territore gefunden. Nice! So, was nehmen wir denn für schöne... Ich habe mir da eine Kohle aus dem Ofen geholt. Du hast eine Kohle aus dem Ofen geholt. Nein, ich habe mir deine Kohle aus dem Ofen geholt, die du fabriziert hast. Die ich fabriziert habe? Irgendwas im Ofen vergessen zum Verbrennen. Ja, ich habe wahrscheinlich Holz in die Köhlerei gesteckt, weil ich... Nein, Lilly. Nein, im Ofen. Nicht Kohler. Das war das verbrannte Brot. Die Brote. Nein, dankeschön. Oh nein, habe ich schon wieder Kohle gekocht. Ach, Mensch. Kohle gekocht, genau. Oh süß. Oh, sie ist so verkohlt vor. Ja, aber so lernt man backen. Hm. Ganz ehrlich, meine ersten Backversuche waren besser als das. Lilly. Hier im Schilf. Ja, lange. Gut. Was ist denn los? Ich habe zwei Tergruben entdeckt. Schön. Ich wollte eigentlich mein Gasthaus mal langsam bauen. Komm die ganze Zeit nicht dazu. Dann bau dein Gasthaus. Danke. Lass dich doch nicht ablenken ständig. Aber so ticke ich nun mal. Ich lasse mich sehr gerne ablenken. Das ist ja das Problem. Okay, die sind alle da oben, dann von ich hier auch noch rum. Ich bin nicht schnell. Ja, Gott. Kommt ihr die Blobs? Ja. So, damit man hier nicht direkt reingucken kann. Und weil dafür ist die Tür ein bisschen hoch. Und wir machen es auf der Seite auch noch mal. Hast du schon wieder Blobs gefunden? Oh, der erste Blob hat gerade auf die Kusche gekriegt. Oh, da sind gerade sehr viele Blobs. Au, 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 au. Brauchst du Hilfe? Ja, ja, tot. Ups. Warum bin ich bei dir auf dem Server? Sterbe dich wieder. Ich habe Sachen hier, ich kann gleich mitkommen, wenn du hier vorbeigehst. Dann helfe ich dir bis zur Leiche. Also in drei Blobs. Ja, du hast noch Silber. Und zu fünft jetzt an. So viel habe ich eigentlich. Ach ne, ich habe meine Rüstung. Ich behalte meine. Ich behalte meine Rüstung. Hast du es so eingestellt? What? Ob du es so eingestellt hast? Ja. Nice. Wir hatten ja nicht den Karren direkt davor gestellt. Das ist nicht okay. Stolpert ständig drüber. Äh, das war ich. Zizi, zizi. Nee, halt. Die da wollte ich. Kommst du kurz mit dem Blobs machen? Ja. Ich hab ja jetzt leckeres Essen. Wo, also wo bist du denn jetzt lang? Ah, da. Unten an die Grube. Ja, wir haben doch jetzt einen Haupt-Ein- und Ausgang mit. Ich wollte drüber springen, aber naja, da war irgendwie noch so ein Loch gewesen. Ja. Ich muss auch gar was essen. Das ist halt. Mit Absicht. So einmal da nach oben auf den Berg. Ah, da springen sie schon entgegen. So, wir haben ein Handtuch im Badezimmer. Was? Ja. Wir haben jetzt ein Handtuch im Badezimmer. Stop. Wir waren die noch. Toll. Ich geh schon in den Waldbrenner. Da ist schon gleich schon wieder Papa Schlumpf hier rumbrüllen. Welchen Waffen bist du hier? Okay, ich seh ihn auch. Das ist uncool. Die anderen haben sich wieder hier runterverblockt. Warum ist sie eigentlich jedes Mal hinter mir her? Ich sagte, du solltest deine Taschen ausnehmen, wenn du herkommst. Die folgen dir ja immer. Ja, ich habe genau die ganzen Legerlies schon weg. Ausbau, ey. Die geht mir so auf den Keks. Komm her, Blob. Ice Murphy. Willst du auch noch in den Voice-Chat, oder? Ah, du bist da schon. Alles klar. Moment. Wir sind voll heute. Jo. Hallo. Hier gibt es noch einen. Was ist hinter uns? Moin. What? Hallöchen. Hi. Hi, Murphy. Raus, ja. Oh, was war denn jetzt hinter uns? Da ist noch einer. Ach, du Scheiße. Ach, die Hilfe. Nee, wir sind da jetzt gerade schon zu zweit. Okay. Oh, jetzt kommt einer raus. Ah, ja. Da geht auf dich zu. Da sind noch zwei. Da ist immer noch einer drin. Warte mal, ich sprach mal hier schnell. Oh, oh. Geht los. Na, wie geht's, Murphy? Alles klar bei dir? Ja, ja. Jetzt, wo die Nudeln fertig sind. Und wie haben sie? Wie waren die Nudeln? Na, die trocknen jetzt erst mal. Ah, das hatte sich so angehört, als hättest du es schon ungegessen. Nee, nee, das dauert noch. Warte, 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 ich bin gleich da, ich bin gleich da. Er ist tot. Er ist tot. Ich bin wieder. Nein, der Blob war tot. Okay. Aber einer ist noch. Einer ist noch. Aber ich habe jetzt bloß noch 50 Leben. Da hat er gehofft noch um Wasser rum. Ich muss, ich spiele auf Nudeln. Ich habe die nächste Einstellung heute. Ich muss echt nah ran, um die zu sehen. Okay, warte, ich komme mal. Ich komme auch vorbei. Ah, da. Obwohl, ich glaube, jetzt sind wir genug Leute. Naja, ich bin schon auf dem Weg. Okay, hat's ja erledigt. Ja, okay. Das war's, ne? Ja. Jetzt wir graben buddeln und auf die Blobbanja. Ich habe zwei Werkbänke hingestellt. Ich versetze die eine mal. Das ist jetzt hier nicht sofort nachspawnt. Oh, ist er da sind. So, jetzt muss ich mal selber jetzt mal gucken, was mache ich denn nicht schön. Hast du immer noch Federnotstand? Aktuell nicht so sehr. Aber neben tue ich sie trotzdem immer noch. Klar, weil je mehr man hat, umso besser. Bei uns, der Kratzer. Kratzer, du kommst jetzt erstmal hier wieder klar, ne? Sogar ein bisschen mehr als einer. Dann spring ich mal hier drüber weg. Bring mir die Steine bitte mit. Ich versuche es. Danke. Und wer ist da vorne in der Basis? Ich. Warte, bleib mal stehen. Ah, hallo Smurphy. Nett, dich kennenzulernen. Hallöchen. Hallöchen. Ich glaube, wir begegnen uns in Game gerade zum ersten Mal und im Discord, ne? Ja, richtig. Stimmt. Jawoll. Jetzt muss ich ja noch genau auf so einen ollen Felsen treffen. So. So. Player schwierig. Und der Steiner nicht genug. Dann hast du es jetzt so gemacht. Und dann hat man die? oh gott was ach so wohl gerade sagen wer kämpft dann dort gegen die lochse dann hat man hier an sich eine schicke bar aber ich glaube das wird ein bisschen eng vor allem wenn man hier noch ein paar regale an die wand bringen will also an sich richtig aber so ein halb doch noch mal rum und dann hier so in die ecke mücke ach nee möwe erschreckt mich nicht ich wusste es war eine mücke alles gut alles gut mücke tot sehr schön das machen wir aus der mücke hier keine elefanten das ist noch keine elefanten in diesem spiel gibt außer wir zählen die lochse als elefanten naja wenn man den rüssel wegdenkt kommen und die hofen die hoch es dann bräuchte man ja diese komische schwingen die in klein da sind sie aber auch so nieder ok und so nieder kein ding immerhin weiß gar nicht mehr wo ich das mal gesehen habe aber das baue ich jetzt so ein bisschen nach irgendwer hat er da so eine richtig schicke bar gebaut richtig schöne taverne dann hatten die lena war das sind bei ihm reingeredet an da hat er gerade die taverne von innen gebaut gehabt ja auf jeden fall hat er dann irgendwie doch diese diese holztüren gehabt und da drinne konnte er dann so sachen verstecken das war so cool war jetzt kriegt man die auch wieder zu ja 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 das ist cool so da kann man hier so ein paar sachen reinstellen ist das schön auch in die objekte halt dann noch mal edelholz auch kein problem haben wir alles nicht da ich war nicht das so cool dass ich das so was man gerne noch objekte halt und hier müssen wir noch was ein bisschen größer bauen da kommt hier noch und so ein brau fast war mal mit was kosten das noch mal auf was da hat bronze edelholz ok und da war ich ja schon ein bisschen am herstellen ich wusste schon warum ich muss schon warum jetzt schon wieder dunkel die tage hier sind sehr kurz ist aber einstellen wo kannst du das einstellen kommandozeile aufruf kann man das als server admin einstellen wie lange tage sein sollen oder ob es eine bestimmte uhrzeit immer sein soll genau du kannst zum beispiel einstellen dass die ganze zeit zwölf uhr mittags ist genau und die pflanzen wachsen trotzdem war es aber halt keine nacht mehr da gibst du vorher ein ganz normal uns drücken gibt es ein death commands damit das aktiviert ist und dann gibt es ein wo entweder tot oder tod und dann time of day tod genau und dann noch irgendeine zahl für für die uhrzahl dementsprechend und dann dafür muss man aber die kommandozeile aktiviert haben und das wenn man das was dem nicht aktiviert hat wo ist rabe ich schon gut die luxe kann man sich kaum habt ihr noch ein paar steine ich brauche nur vier stück hier kommt hier zu mir nur vier bitte danke schön also ich bin noch in der ebene wenn irgendwer hilfe braucht also ich bin jetzt gerade hier mit dem ins gleich fertig mit dem der grube du könntest du mal hier noch stein holen wir gerade sagen gibt es irgendwie nicht in der ebene ist aber in vielen ist wieder unterwegs und deckt ich bin nicht in der ebene ich habe jede menge fanclub hinter mir ich komme zu dir ration macht aber auch mit absicht oder ja es geht ich habe jetzt noch nie einmal eine fackel hier dabei um irgendwas ach die kavalier endlich habe ich so gewohnt oh gott damit ich immer um die die woher mir herrenne man schon mal hier ist klingling kling was möchte denn ein fooling hier naja wir haben wir haben wir haben ja wir haben ja gut besiegt und dementsprechend sind jetzt die vorlinge auch in den wäldern unterwegs viel spaß in deiner welt ich habe mich vorhin auch schon gewundert als ich in dunkelwald war ich habe jetzt gedacht ich hätte mich gehört er war bekämpft um die ecke glaube na toll das wird ja ganz lustig hier im walter noch was tragen ich kann noch ein bisschen was fragen aber ich sehe gerade momentan hier so wenig aber du siehst uns ja auf der karte ich sehe deinen fähig geradeaus ich muss gerade ausbuddeln ein bisschen kann ich noch tragen ich muss auch noch mal auf meinen zauber rüber ich habe die hälfte vergessen aber hier liegt hier ist die tiergruppe wo ratio gerade ist und hier liegt noch stein und her was wir beide brauchen ok kommen wir wieder und schon stimmt ja ja den habe ich mir auch noch geholt und haben mal gete und können wir das jetzt hier noch zu machen werden wahrscheinlich besser ich war gestern mit mir eine nebel und dann muss man ja nicht ich dachte ich war gestern den nebel landen unterwegs und da brauche ich den guter nicht toll die rennau auf den bergen rum der wahnsinn ist dann etwa oder wolf hat gewonnen das sind vielleicht auch zu kalt da oben wie viel zinn habe ich denn noch nicht dass ich das auch erledigt mit dem zinn ja ich weiß ja was ich gleich zu tun habe wenn man schon mal dabei ist und kohle und ketten habe ich noch kein problem dann mache ich erstmal ein bisschen beleuchtung und kätten nach verdammt an aufpassen dass man sich nicht die birne stößt aber wir haben so die ende kommt hier die mitte nein natürlich nicht er braucht ziemlich lustig die stehenden ja ich muss die wieder zehn form gehen lange her seit ich das letzte mal gemacht habe cool mit so vielen leuten absolut ja was anderes hat auf jeden fall so dann haben wir mal ich trage zu viel was hier warst du das dann komme ich noch mal abholen das geht ja gar nicht oder sieht das durch die geschnitzten fenster eigentlich ab ich dass ich uns hier eine rauchvergiftung von ein neb zieht nicht ab auch bei mir dann hat sich das damit erst mal erledigt wir wollen ja keine rauchvergiftung verdammt was mache ich denn da mit den lichtern hier sind in der planes ist gerade einiges und hier sind jede menge skelette warum sind hier skeletten und den skeletten da hinten habt ihr da hinten alles weg ja gut dann haben sich feuer schein erledigt ich mache ich das da innen mit der beleuchtung findet alle ganzartig den haupteingang rein sehr gut weiß ich mal alles hier rein in die truhr nicht doch du kommst klar wie fröhlich alles gut muss ich mal kurz meine waffen reparieren das hat mir jetzt auch noch gefehlt immer das was man nicht gebrauchen kann das weißt du doch in knapp zwei ingame stunden der morgen könnte so ein gefährden werdet ihr so lange durchhalten habe es so oder so kannst du da bauen was du kannst du eine sonne bauen ja stimmt habe ich auch schon gesehen voll cool habe ich schon gesehen habe ich schon gemacht baue sie bitte nicht groß baue sie dir klein ich habe mich sehr geärgert ich wollte ein turm bauen der halt so eine fensterreihe hat wie der zyklus der sonne weil er und ich habe festgestellt ich kann nicht so hoch bauen wie die sonne an ihrem zenit steht so wen habe ich jetzt noch bei mir hier schon mal regenbogen gebaut ich noch nicht aber ich fand es sehr faszinierend in dem video spielt meine hallo hier ist ein loch hier sind viele löcher in der welt hier sind noch so manche löcher doch ein loch und hält doch das ist mein klug da ich bin hier gerade am drüber planieren also ich sehe gerade ein bisschen gefährlicher untergrund aber ich hasse die denn rum die ist so übelst dunkel immer wo ist eine andere kollege zu hören ich muss noch mal ein sauberer gehabt die falsche waffen dabei habt ich habe extra in den regeln gesagt bringt nichts mit was ihr nicht reparieren könnt hast die waffen von den müssten es gab oder wie genau gleich mal ein kickball hier geht doch nicht so hören sie mal auf zu planieren sie kommen jetzt mit mir mit hallo ich soll mit warte lass mich eben leer machen wenn ich ein leeres inventory habe ist immer besser ein tröllchen lang nicht gesehen willst du noch mal ab machen schon jetzt weiter heute hab noch zwei stücke neben mir und jede menge zwerge und ja bring rüber Toilette Nein Skelette Toilette hat doch bestimmt die hinter sich dran Wäre aber lustig oder? Sieht aber ein bisschen komisch aus So Porti-Potti So ertragbare Camping-Toilette Oh Skrotti-Potti Hä? Skrotti-Potti Ne Porti-Potti Achtung Ratio Mücke So ne Portable Achso Ich musste gerade an das Einhorn-Eiscreme denken und dachte mir so Oh lecker Nein Ratio nach dir Wo wolltest du hin? Kacke So viel zur Toilette Kacke gehört da rein Kacke 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 Kacke